Hallo, mein Name ist Riku, ich bin der AC für Sprout, heiße Leon und ich habe heute drei Fakten mitgebracht über mich. Erster Fakt, ich melde Vayne schon seit sehr, sehr langer Zeit und sie ist beifahr mein Lieblingschamp. Zweiter Fakt über mich, ich spiele Saxophon. Und mein dritter Fakt ist, dass mein Lieblingsspiel Kingdom Hearts ist und mein Name auch daherkommt. Bye, bye.